Diese hier angebotene 5-Zimmer-Mietwohnung ist ab dem 1. August 2014 bezugsfrei. Die Etagenwohnung befindet sich im Kreis Garmisch-Partenkirchen. 1968 wurde das Mehrfamilienhaus erbaut. Die Etagenwohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 160 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung beläuft sich auf 1.350 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Spannendung